ok also die regeln sind wie folgt bei der ausrüstung kauft man keffler und helm es wird keine bomber geplantet es werden keine granaten verwendet wir starten jetzt bei der pistole mit der p250 der verlierer darf denn er sich eine waffe aussuchen zb mp zet ihn im dir und kann einem anderen aber nur waffe ist der gleichen klassiker wird bestimmt quasi beide waffen für beide spieler das asozialste wäre wahrscheinlich gewähr awp und warmers okay machen wir bei haben wir bei gewehren dass man dann nur awp autosniper und farm und scout und die anderen drei hängen hat sein oder vom typ her du war schwimmern oder ok gut und der verlierer öffnet der case genau also p250 p250 let's go ja komm put 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 da willst du es doch ho und jetzt wird es ein vorteil war ich glaube nicht Richtig, ah doch, huuuch. Okay. Also fürs Aimen muss man das gerade nicht angucken. Okay, dann machen wir mal... Ich mach gerne mal die White Fire. Achso, machst du schon okay, Suf. Okay, ja. Bin ich gespannt. So, jetzt muss ich da auswählen zwischen den ganzen. Komm schon, das Bowie-Knife, ich rieb's ganz fest. Ich rieb's ganz fest. Komm schon, komm schon geben. Do it for me. Da war der Violette Skin. Ah, schade. Ja, gut. Dann nehm ich jetzt die Negev und du nimmst die Nova. Und der Schwer? Ja, nein. Ich hab ja gesehen Schockern und Ding. Wär denn schon cool, wenn wir das drehen, ja. Achso, nein, nein, nein. Okay, dann nehmen wir mal MP. Mhm. Dann nimmst du die Mac-10 und ich nehm die P9. Ich hab keinen Mac-10. Das wär bei mir die MP9 ganz oben links. Ja, dann nimm die, ja. Okay. Ja, okay. Okay. Bist du ready? Ich bin ready, ja. Passt. Ich schmecke einfach schon, wo du bist wahrscheinlich, oder? Du Sau. Ich hab so durch Wetter gekümmert. Was? Oh, na. Shit. Ja. Scheiße, wie komm ich da dann mal ins Inventory rein? Ahja. Widerescape. Widerescape. In-ventory. Ähm. Ja, ich fang auch mit ner Fälchen an. Würde ich mir zeigen. Und dann ziehen... Ich hab ja schon mal so ein Fälchen-Knife gehabt, also... Das kann noch Glück bringen. Eie, ein violetter Skin. Ja. Ne, geh. Maulheld. Oh no. Oh no. Ja gut, Sega. Ähm, ahja. Dann hätte ich gesehen... Oh. Wir können beide... Kevl und Helm... Und die Zeus, wenn du keinen Schuss mehr hast, mal schneifen. Ah, gute Idee, ja. Okay. Ich verrate. Ja? Ja, go. Ach komm schon. Ich wollte dich jetzt ums Eck kommen irgendwie, weißt du? Weißt du, wie ich mein? Ah, komm. Ah, komm. Ah. 222. Scheiß Waffe. Okay. Ja. Weißt du. Next one. Also komm. Give me the knife. Das ist wie rubbellos. Okay. Oh, Stat-Track. Stat-Track. Ah, ja. Also... Ja gut, dann schlag ich jetzt mal USP vor, weil ich hab da die nicht weggenommen. Ah, ja. Und was muss ich näher? Oh, USP. Ja, USP. Darf ich nicht Akim überreden? Ja. Okay. Okay. Ist gut. Passt. Ich bin ready. Passt. Ich hab springen aufs Mausrad gelegt, ich war so dumm. Oh, fuck. Hahaha. Hahaha. Schon geht das, ne? Haha, wie weh jetzt so schreck. Hahaha. Hahaha. Futtert. Ich hab jetzt wirklich gewartet, dass du mir da denkst, dass die Fälle ist. Ja, jetzt hat's mich grad gerissen. Ja, okay. Ich hab nicht gewusst, dass wir da Campen spielen. So. Jetzt wird aber wieder... Jetzt kommt mir ein Fächerneuf als Revanche. Weißt du jetzt... Du hast das ja nicht verdient. Hey, dad. Ich würde jetzt den Gönner verherzen. Ui, ui. Schon wieder ein violetter Skin. Nein, das ist ein Pink Skin. Äh, ja. Ein Pink Skin. Sorry. Oh Mann, ey. Ja, hallo. Glück. Glück. Sag ich nur. Also, sag er. Ja. Achso, den kann ich grad nicht. Ich wollt sich auch auswählen. Ja. Ja, ihn hab g'seht. Mein Namen... Du nimmst die Mag-7? Äh... Bei Pair, oder? Bei Schottgans. Achso, warte. Was ist bei Schwer, deine rechte Waffe? Ja, die abgesägt. Ah, ja. Dann nimmst du die abgesägt. Das ist Rotfleet. Okay. Und ich hab oben links die Nova-Knopf. Ich vertraue, dass es dir immer noch so Headshots gibt, wie früher. Okay. Bin schon unterwegs. Ja. Ja. Ja, genau. Ja, genau, oder? Ja, ja, holle. Das waren wirklich keine Headshots. Ja, warte mal kurz. Äh... Ich glaub, ich mach da die Rückstoß-Kiste auf. Perfekt, so. So kann ich mit spektaten. Vielleicht gibt's eine neue Kiste. Oh weh. Oh weh. Ah, da gibt's wieder nur Gloves in der Kiste. Egal. Du kannst da richtig gut, ja. Komm schon, komm schon, komm. Ah, Pinkskin ist schon vorbei. Nein. Nein. Ei, lässig. Glock. Ja gut, die hab ich im Englischen gewünscht. Ja, du bist Winterfest. Also... Ja. Also, man könnte sich nicht mehr wünschen. Oder weniger. Du kannst es nicht. Jetzt dreht er sich. Du hast es nicht. An Purple und an Pinkskin. Ja, wo ist es? Kevlar mit Helm. Was? Was ist man hier? Kevlar mit Helm, ja. Ja, und dann würde ich selber... Dass du die Pepe Bison nimmst. Boah, äh... Da war ich was... Da bei MP... Ah ja, Pepe Bison, ja. Da hab ich ja so'n lässigen... Da hab ich ja so'n lässigen Skin, was? Mit Call of Duty Skin. Ja. Ja. Ja, komm schon. Jawoll! Der Headshot, der Lucky Headshot. Lucky! Gesprayt wie ein König. Ja gut, den hab ich jetzt halt... Warte, ich muss da wieder zuschauen. Perfekt. Oh weh, da gibt's nur noch eine Rückstoßkiste. Ja, ja. Aber die AK hat mir gefallen. Ja. Bis später hab ich auch gefallen. Die AWP und halt die... Ja. Komm schon. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Ui, da waren ja nur noch Violette. Ui, was ist denn das? Innenstadt. Mit derer würde ich nicht in die Innenstadt gehen. Das ist gefährlich. Die Doppeltiste hätte mir besser gefallen. So. Okay. Den nehmen wir mal Nates, du Molli. Nein. Wir nehmen nochmal beide Scout. Beide Scout? Wir haben noch die gleiche Scout. Ja, ja, ja. Das ist ja der große Gag dran. Ich hoffe, du bist ready. Aber, 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 aber No Scope, gell? Ah, No Scope? Ja, okay. Ja. Ich hoffe, du bist fair, gell? Ja, ich bin fair. Kannst du es ja dann auch im Replay? Ja. Ja, genau. Ja, genau. Also. Aber, dass du natürlich gleich in die Rush ist. Oh, lol. Okay, es wird. Also, ich habe mich immer gerade selber überrascht, muss ich sagen. Okay. Sorry. Das wird dir ja eher angezeigt, dass es an No Scope. Achso. Ja, okay. Das bedeutet das durchgestrichene Ding. Ja, ja. Ich habe zuerst gemeint, das ist noch irgendwie. Boah, das hat aber, uiuiuiuiui. Ja, ja, ich habe nicht gedacht, dass du so schnell dastehst. Ich habe mich auch überrascht. Die ist schon noch was wert, oder? Ja, die Duel-Baretta-Statt-Matauga, die AK schaut auch irgendwie fancy aus. Und die da vielleicht in einem guten... Nein. Nein. Wow, ist diese 3D. Ja, die schaut. Cool, cool. Und seltener Spezialgegenschein. Komm schon. Komm schon, gelb. Oh, da habe ich schon die roten... Gelb. Nein. Ah. Das tut natürlich weh. Ja, nicht das Gelbe von mir. Okay. Ja, echt nicht das Gelbe von mir. Kevlar und Helm. Und ich will da ein Noscope Scout Reward. Okay, Kevlar und Helm habe ich. Ich brauche eh. Warte, nein, muss ich nicht nachladen. Das passt eh. Boah. Das ist vor der Geschnellergang. Ja. Ich fange weg. Ha, dann bist du gerade über meinen Schuss drüber gesprungen. Oh, da habe ich den. Ja, oder? Puh. Nein, ich habe mich gar nicht mehr oberen. Du hast mich gerade auch noch einmal getroffen. Ja, das ist wieder der zweite Schuss gehabt. Okay. Oh shit, ich habe vergessen die Monitor aus. Jetzt habe ich auf dem Screen den Monitor gehabt. Gut. Jetzt hat man gesehen, wie du verloren hast. Immerhin. Okay, ich habe drei Chroma-3-Schlüssel. Ich mache da jetzt mal lang auf. Genau sieben. Das heißt, wir nehmen genau die Mitte. Oh, die Asimov P250. Ja, die habe ich schon. Die habe ich schon. Die habe ich schon. Okay, Entschuldigung. Das da kommt seltener speziell gegen. Den hast du vielleicht noch nicht da. Wickeln. Wickeln. Komm schon. Oh, jawoll. Oh, Stat-Rick. Ozeanisch. Die ist schon einmal durch den Ozean durchgezogen worden. So wie die ausschaut. Leider aber noch nie. Wie ich es rausgekriege. Ja, okay. Gut. Dann. Dann. Jetzt muss ich wieder eine kleine Ufo. Das heißt, du nimmst jetzt Galil. Und ich nehme die gute AK. Ich habe keine Galil. Die Pharma kann ich dir anbieten. Das, was du meinst. Ja. Ich gebe dir noch sogar noch mehr Chancen. Ich spiele sie auf Feuerstoß. Okay. 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 Da kann man nichts sagen. Das hat geschallt. Ja, aber der Scouten und Scout, der war immer noch Wurde. Ja, der hat da geschallt. So, Falchion Kiste. Ich habe ja eine Milliarde. Fragen mich nicht warum. Aber ich habe auch schon AVP Hyper Beast, aber es wäre natürlich schön, wenn man die nochmal kriegt, oder? Ja. Zum Daumendrucker. Ich habe da schon vier violette Skins gesehen. Die leider mit der Nova-Fall-Lüte. Ja, das war nur semi-optimal. Ja, jetzt muss ich noch einen Kill machen, weil der andere bin ich gleich hinter noch. Also, was wählst du? Achja, ähm... Hm... Ja, was wähl ich, was wähl ich, was ist denn lustig? Ja, magst du mal die Bison probieren und ich nehme die UMP, habe ich gehört. Das sei auch vernünftig, oder? Ja. Okay, 3, 2, 1, let's go. Oh, ich habe es gewusst, ich habe es gewusst. Aber... Oh, sieben Treffer, ich habe es gewusst. Aber... What the fuck? Ja, ja. Oha. Okay. Kann auch nichts sagen. So... Was haben wir? Ich habe ja nochmal ein paar Pfeilchen. Wir machen natürlich da die unspektakulären der CR-Stufe. Und... Hoffen. Ja, habe ich auch schon gehört, weil... Habe ich auch schon einen Stat-Track gehört. Man kennt's. Man kennt's, man kennt's. Ja... Du hast ja vor Ort die Galil so gut gefunden, den darfst du jetzt so mal spielen. Okay. Wunderbar. Gut. Oha. Boah. Ich habe doch gewusst. Ich habe schon gedacht, dass da nicht vorbei bist. Du hast mir direkt einen Header gedruckt. Oha. Ah ja, der Head eben. Der M4-Header tötet auf die Distanz? Nein, nein. So. Ich bin immer gespannt, was da rausgezogen wird. So, jetzt... Ich habe ihn ohne Schalter empfangen. Aber er stimmt, ja. So. Okay, die P2-50. Oh, ja. Die wär cool. Äh, die... Five-Seven hättige haben wir da mal. Bin ich auch cool, ja. Ja. Äh, die... Die habe ich schon. Die will ich nicht. Will ich nicht. Es waren viele Deagles. Aber die Deagle habe ich auch so... Oiii! Die habe ich auch getzt. Stat-Track, Alter. Die verschenken Stat-Track. Ist das Factory New? Ja, das ist sogar Factory New. Ja, hallo. Die schaut doch richtig sexy aus. Und... Naja, ich glaube schon, wirklich, dass die... Die ist Factory New. Naja. Entschuldigung. Cool, cool. Ja. So. Du darfst bestimmen, ja. Du bist dran. Kevlar darf man ja nochmal kaufen, ja. 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 Hm... 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 Ich würde jetzt gerne mal für beide eine Deagle-Runde machen. Für beide eine Deagle-Runde? Ja. Okay. So. Äh, Pistole. Jetzt hätte ich fast eine Five-Seven gekauft, aus Versehen. So. War ja wie die gute Terminator-Diegel. Jihah. Okay, bist du ready? Ja, ja. Achso, du bist schon losgeladen. Okay, okay, sorry. Ich bin garantiert nicht schön. Und... Jeder, aber du nicht. Der Hover. Alter, ich... Nein, ich hätte so einen easy One-Tap gehen können, aber... Komm, du willst es doch auch. Angst, Potter. Wie lange hat er wartet? Hat er da M4 dabei gesetzt, oder? M4 dabei gesetzt, na? Ja, von vorne, ich bin ja nicht gestorben. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. So. Ja, die letzte Pfeilchen kann ich noch aufmachen. So. War der erste Schuss war immer ein Reaction-Shot, muss ich sagen. Ja, ja. Der erste leider verzemmelt. Oh, 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 oh. Was Violettes. Ah, schau wieder, hey. Du bist echt ein Lackwärter. Aber leider nur ein P7. Ja, trotzdem Pink. Ja, Pink. Pink ist Pink. So. Dann... Ja, ich... Tu dich mal upgraden zu einer MP7. Ich glaube, die hast du auch, hoffentlich, oder? MP7, ja. Ja, und ich spiel P90. Den kann ich da mal... 1 Kill mehr auf meinen Stat-Track raufentue. Dann sind es schon 4. Dann sind es schon 4. Oh, du bist ja da. Oh, warte! Da hat jemand einen Haider gefressen, wenn wir einen Haider fallen haben. Ah. Jawolli. Butter, 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 Ben. Sehr. Ja. Ich bin ready. So. Dann fangen wir jetzt noch an Chroma 3, haben wir da noch. Doppelt. Da gibt es leider keine Mitte mehr, das heißt. Doppelt und dreifach. Dann machen wir das Letzte vom Schützfeld. Im Letzten muss das Beste sein. Komm schon. Kann ich ruble긴. Das bringt Glück. M". Ich wär schon mal mit einem Pfingeskäin wär ja schon mal zufrieden. Oh. Oh. Ein AUTO-Sniper, hab ich echt getrunken. ij find das echt total, dass du schon zwei Pfingeskäin hättest in. So. Dann würde ich jetzt mal Versage. Da find' man gerade noch ein klei unschlüssig. Weil langsam haben wir schon fast alles getrunken. Ah, ja. wir nehmen beide attack nein ja ich hab die 5-7 ausgerüstet egal dafür 5-7 ja das ist schön okay die war doch so run and gone oder ich hab die schon gesehen ein kollege aber ist jetzt der doubleheader fressen oder auch nicht ich hab die letzte kugel getroffen da bin ich kurz ins schwitzen gekommen das muss ich dir ehrlich sagen so ok dann machen wir dann noch drei keys naja dann haben wir jetzt noch mal den dreier nehmen wir wieder die goldene mitte wo eigentlich wäre die regel cool gewesen der gewinner darf ich mir eine offen tun wenn der keinen mehr hat muss der eine drei alle was er noch öffnet dem anderen schenken ja das ist ja jungen Ja, nein, nein, sind ja nicht so. Hey, schön, Biolek, kennst du den, der Alphabiolek, der kocht im Fernsehen. Das kommt auf, wenn du eine Reizwurst aus dem früheren Garten hast. Ja gut, dann kriegst du nochmal Galil und ich nehm nochmal einen K. Ich hab immer noch keinen Galil, aber ich nehm die Farmers, okay? Ja, dann nehm die Farmers. Okay, warte, ich muss da wieder kurz. Den Stream minimieren, ja sonst siehe, wo du bist. Bist ein Bub. Ich weiß jetzt schon, dass du wieder irgendwo kämpfst. Ah, ich war genau, oh 19. Ist ja sogar ein Schuss auch gekommen. Mit Fadenkreuz war auf deinem Kopf, aber leider Movement gemacht. Ah, hier stehe, vorbei, 8-7. Oh no, oh no Mario. Ah, der Seitenwechsel. Fair, fair, fair. Okay, ja dann. Oh, wir kommen zu der spannenden Schlüssel. Was hättest du gern? Zerfressenes Netz, Gefahrenzone, Klatsch oder Prisma? Nehmen wir Prisma. Prisma, okay. Oh, we lost the bomb. Die gute M4 oder seltener Spezialgegenstand. Wir täten uns bei beidem sehr. Leider, es gibt Armerz. Ah, das ist... Manche Sachen tun im Herzen weh. Ja, und jetzt wünschst du dir garantiert eine USB-Glock-Revache, oder? Oh ja, ja. Wir können eine USB-Glock-Revache machen. Ich bin ja nicht so. Ja, passt für mich. Ah, wunderbar. Schön. Man muss einmal beweisen, dass man einfach das macht. Oh, ein Header war schon da. Oh, da hätt ich die jetzt gern weggeschnappt. Ja, shit. Oh, fein, ich seh. Ich hab da 45, aber... Ah, das tut ja weh. Das tut ja weh. Okay. Ähm, ach so, ich wollte schon kaufen. Dann kommt als nächstes... Machen wir die... Was ist denn in der Klatsch denn? Schauen wir mal. Die Neo-Noir. Oh, oder Hirnrinde. Die schauen beide cool aus. Okay. Komm schon. Ich mach die einfach noch fertig, indem ich ein Knife ziehe. Oh, da war der rote Skin. Echt? Ah. Knapp daneben ist schon vorbei. Ah, vielleicht seh. Ja, okay. Was wünschst du? Ja, dann... Machen wir noch die gute AKM4-Rückrunde, hab ich gehört. Okay, passt. Ah, Alter. Ich hätte euch jetzt schwören können, dass du aus dem Palace kommst. Ich habe jetzt schwören können, dass du da so weit hinten wieder umgehammelst. Wahnsinnig. Ja gut, dann gefahren so nicht. Komm schon. Da ist schon die Neonadel. Ah, die habe ich leider schon. Okay. Ja gut, was verpasst du? Ja, ist ja ein Factory-New. Ähm. Ja. Oh ja, jetzt darfst du sonst mal 5-7 spielen. Und ich nehme die Tag hinein. Okay, passt. Vielleicht kann ich da auch zu meinem Stat-Track noch etwas hinzufügen. Das wäre ja mal was. Ah, der Start da schon. Und wenn rennst du denn immer los? Ja, boing! Alter, zweimal im Kopf. Einfach nur dreist. Und jetzt ist der Zeit. Ja, der ist schon mit dem letzten Schlüssel. Ja. Ja. Das tut ja weh. Jetzt verlassen. Eieieiei. OOIi. Boi! Aaaa. Aaaa. Embargo! Du, du hast noch einen! Nur einen Violett und zwei Pinz geben sie jetzt. Ich habe nur blau gegessen und noch mal violett. Also, Celine, Tigl und du AK, oder? Nein, nein, jetzt nimmst du einen Scout und ich nehme einen AWP und ich verliere dich. Okay, passt. Ja, passt. Normal oder No Scout? Normal. Okay, passt. Und sonst trifft ja nichts. Ich weiß ja nicht, wo warst du gerade Träumtasch? Aber nein, das war es nicht. Ja, ich habe gehofft, du hörst mich nicht zu. Nein, es war nur laut wie so. Warte mal kurz. Ich muss das kurz Fullscreen machen. So, perfekt. Ja. Die letzte Chroma-3-Kiste hoch. Weisst du, achso, du hast aber nachher den Armladen, oder? Ja. Die Fälchen habe ich, glaube ich, noch. Ah, ja, ja. Okay, dann aber nein. Die Fälchen habe ich dir schon vorgewärmt, weißt du? Ja. Du meinst die ganzen Pinks, die du schon rausgezogen hast? Ja, ja. Ui, auuuu. Ja, die habe ich auch schon gehabt, die Origami. Ich habe die gerade ans Falter. Ja, wie man immer schon gewünscht. Ja, gut. Der E-Mail hat dich gehört. Wenn ich mir jetzt da noch eine wünschen darf. Sag ich. Ja, stimmt. Ohne, hast du noch. Ja, das, das, das. Ähm, dass du ein Auge nimmst. Oder halt die Krieg. Ja, ja. Die SG55. Und ich nehme die. Diegel. Ja, ich nehme die. Du, ich nehme die. Du willst mir jetzt ein Boot sorgen, ja? Wo der Hammer hängt. Nein, ich hoffe, dass ich meine letzte Kiste rufde, oder? Ach so. Ja, das kann ich dir nicht bestätigen. Ja. Du als alter Diegel-Lacker. Hä? Auf den. Den scheiß Kopf da gesehen. Ah. Durch die Wand noch. So ein Body-Hit. 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 Ja, ja. Ich nehme mir gerade auf da. Ui. Ja, ja. Mitte, komm. Okay. Da hätte ich jetzt. Eigentlich. Da hätte ich schon relativ viel gern. Außer das Fällchen-Knife. Ja, die hätte ich auch gern. Die zwei. Außer das Fällchen-Knife. Ja. Was bist du für alle? Ehrlich gesagt hätte ich mich mit der AK fast schon Meister freue. Oder mit AWP. Okay. So. Komm schon. Komm schon. Nein, warum immer die Schroppli. Du bist ein alter Waldhüter. Ja. 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 Schade. Ja. Ich muss dir leider sagen. Ideen wurden Ideen. Das hast du leider die Besseres angezogen. Ich glaube. Ich bin bei einem 10-10 trotzdem der Gewinner. Ich glaube ja. Und damit verabschiede ich mich. Wiederschauen. Was ist der Nya leyt. Ja, wer Family meistert hat. Ich war mit einer